Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hardcore, dieses Mal gibt es nur mal Hardcore nach dem geilen TogetherCraft Battle. Dabei ist es der Elias, der Adriano, der Kian und der Elis. Der Leon ist heute nicht dabei, weil der konnte nicht und so. Nein, er wollte nicht. Nein, er konnte nicht. Er konnte wirklich nicht. Er wollte, aber er konnte nicht. Er wollte nicht. Er konnte nicht. Er konnte nicht. Lügt er nicht immer. Wieso lügst du die Abonnenten an? Ich hab sie nicht angelogen. Ja, wieso lügst du? Ich lüge nicht. Das ist unfreundlich. Warum stirbt denn das Schaden? So, ich hab schon ein Wolle. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Holz hier. Wir sollten auf jeden Fall zwei Tiere... Ja, wir bauen zusammen. Ich hab jetzt schon fast keinen Hunger. Und wenn der Dominik dann kann, äh, der Leon kann, was ist dann? Der Leon macht nicht mehr mit in der Season hier Hardcore. Warum? Weil er nicht mitmacht. Weil er bei der ersten Folge nicht dabei war. War das jetzt auch egal. Kann ich in der zweiten mitmachen. Ja, das ist mein Schaaf. Worteil, jetzt schlag mich doch nicht. Unnötig, Giano. Ja, wenn du das Schaaf schlägst und das ist meine Wolle, dann hab ich aus Versehen dagegen geschlagen. Da kann ich auch nichts dafür. Das machen wir dann später mit Diamantschwertern so aus Versehen, Giano. Wie aus Versehen? Ah ja, übrigens an die Zuschauer Hardcore heißt, wer stirbt ist draußen. Also gebannt. Genau, der wird automatisch vom Server gebannt und daher, wer stirbt ist einfach draußen und deshalb ist ziemlich wichtig, dass wir hier... Äh, ne. Wenn du gebannt bist, kommst du nicht drauf. Und man soll auch nicht wieder drauf kommen, wenn man... Ja, und? So Dominik, ich hol mir noch ein paar Schafe, damit wir uns direkt betten machen können. Ich hab schon, ich hab schon sechs Wolle. Ja, sechs reichen aber nicht für uns alle. Ja, hier hinten, komm. Ja. Ich würd sagen, wir bauen in dem Wald da. Das ist cool. Oder hier auch. In den Dschungel. Nein. Doch, einmal im Dschungel. Ich baue nie im Dschungel. Bitte einmal. Nächstes Season. Alter, ich hab fast kein Essen mehr. Ich würd sagen, wir bauen da vorne so. Hier so. Da so, in die Richtung. Nein. Also, ich hab... Nein. Aua. Also, ich hab drei Wolle. Ich würd sagen, wir bauen hier. Hier ist gut. Ich hab sechs. Alter, hier ist ne Schlucht. Wo seid ihr denn alle? Alter, hier ist ne Schlucht. Ja, wir haben genug Wolle. Hier ist ne Schlucht. Wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn hier? Wir sind, ähm, hier so bei ner Schlucht und so. Alter, ist das geil. Ich würd sagen, wir bauen hier. Hier ist geil. Ja, warum werden wir weggerannt? Wir sind nicht weggerannt. Wo bist denn du hin, Giano? Ja, ich bin dort beim Spawner. Wir sind immer noch da am Anfang. Okay, ich komme. Ich hole euch beim Spawner, okay? Ja, am Rand zum Dschungel. Am Rand zum Dschungel. Okay, ich komme. Ich hole euch. So, wo seid ihr? Seid ihr, seid ihr wenigstens zusammen? Ja. Also seid ihr, ähm, so fast verheiratet? Ja, genau. Ähm, da seid ihr. Hier, ich bin hinter, ich bin hinter dir, Elias. Hinter, über den Fluss drüber. Hier bin ich. Ich renne in, Giano. Giano, nicht rennen, das verbraucht Essen. Ja, aber das ist voll lahm. Ja, ist aber so. Wenn du sterben willst, man kann, wenn man keinen Hunger hat, also wenn man nichts zu essen hat, dann kann man daran sterben, giano? Also dahin würde ich sagen, in die Richtung. Wir brauchen Essen, ich hab nur noch, äh, ich hab zwei Hungersdinger schon weg. Ja. Nein, mach nur gebratenes Essen. Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Nein, ich brauche was. Danke. Aber ab wann, ab wann bekommt man Hunger? Warte mal, kann man die mit, man kann die doch mit Samen jetzt vervielfältigen, oder? Ja. Geil. Ich hab jetzt zwar hier schon mal Hühne... Ja, mit Samen. Komm, kommt jetzt. Ja, hier bauen wir. Wir haben beschlossen, wir bauen hier. Ja, okay. Also hier unten. Du, du farmst, ähm, Holz. Ich hab ein Crafting Cap schon hier. Okay, setzt ihn hin. Wo ist der? Hier oben. Wo seid ihr? Ich hol Stein, mach keine Holzstiftzack, ich hol keinen Stein für uns alle. Hol mal ein bisschen Kohle. Ich mach ein Schwert. Nein, ich mach dir schon ein Schwert, giano. Ne, ich kann auch ein Schwert machen. Ich hab 16 Tropenholzer. Toll. So. Also ich hab ein Schwert. Soll ich Holz holen? Ich hol schon Holz. Wenn jemand ein bisschen Holz braucht, dann soll es mir sagen. Soll ich Holz holen, oder soll ich eher ne Steinspitzhacke machen? Hol dir Steinspitzhacke. Okay, dann mach ich mir jetzt ne... Nein, ich hab kein Holzspitzhacke, der Dominik macht dir gleich ne Stein. Okay. Ich hab jetzt aber schon ne Holzspitzhacke. Oh, Elias. Wir brauchen Holz mit Stein, dann kannst du den Ofen mitmachen. Dominik, hol bitte den Stein. Ja, ich fahre mir kurz den Holz bitte ab. Mann, wo sind denn die ganze scheiß Viecher? Oh, oh, oh. Boah, wenn nachts die Viecher da sind, brauchen gleich auch unbedingt ein Haus, ey. Ja. Wir können doch Steinspitzhacke machen. Ja, baut einfach kein großes Haus bitte, ja. Erstmal nur ein Mini. Ja, das ist ein kleines. Probier ist auch was Erde. Ja, genau. Ich kann Erde fahren gehen. Du kannst da auch die Fläche einfach ein bisschen abtragen, Giorno. Ist mein Mikro irgendwie zu laut, oder nicht, oder? Nein, das ist ganz okay. Okay, gut. Ja. Ich hab jetzt 30 Steine. Okay, nice. Hier ist direkt ne Schlucht, ne, falls wir Kohle oder Eisen... Hier ist... Ich seh schon Eisen, Kohle. Ähm... Wir gehen da nicht in irgendwie rein, oder? Ja, hier ist aber... Hier ist ne Schlucht. Das kann wir aber dann am... So, wer braucht alles das Spitzhacke? Wenn wir erstmal die Grundsachen haben, mach ich bitte. Das war's Firefox. So. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Is FCNein... Ja, ich... Mach mal, ne warste doch mal bitte. Mach mal jak mal, ne, Ich brauch auch... Dieten. Ist ein Tühner? Ihr könnt ja dann die Holzbund… Und ihr snackt? Und ihr snackt euch nicht einfach das essen jetzt gleich weg hier. Ich teile das auch schon. Lol. ich bin gleich wieder da und da bin ich wieder ich mache mir jetzt ein haus wir machen uns jetzt habt ihr schon essen für mich warte gerade ich habe auch noch zu zwei rohs rindfleisch und ein rohs hühnchen ich habe nur noch vier essen dinge kann ich noch eins essen weil ich habe jetzt noch eins ok so jetzt habe ich wieder volles wie weit bist du mit dem hausbau machen mal die sonne geht gleich unter ich mache schon mal kann mir jemand kann mir jeder seine wolle geben das hast du drei wolle ich habe okay bringt alles her bringt alles hoch jano beeil dich mit dem haus macht auch ein dach drauf beeil dich ist es gleich nacht ja ganz schnell hier ja es reicht auch okay es reicht für vier betten ich habe alles so jetzt schnell ich habe keinen städten ja dann lass uns schnell das wird gleich nacht wird es nicht drauf gehen jetzt habe ich noch ja mach ja noch ja hier essen da geht er weg mal dominik hast du hast du hast du einen ofen kurz dabei dann bringen wir schnell holzkohle noch machen ich habe noch heute ich kann das auch noch frau schön aber egal ja das ist hauptsache für die erste nacht so kommt kommt alle rein schnell wird uns hinlegen können schnell ich bin rein und es geht nicht du musst du musst öfters klicken so jetzt geht es leg dich rein dominik und die liest du auch das hätten wir erstmal schon mal hingekriegt geil okay es ist dunkel so ich mache meine tue nein wir bauen das haus enorm und es kann wo wir können erst mal lassen erst mal lassen wir das aber dann ja ich auch damit hast du noch stein für noch einen ofen ja ja weil hier ja immer mal den stein her alles ja neun stück zu öffnen sein oder jetzt hast du es nur angenommen dominik immer herz dann habe ich dann nemalen doch was mach mal ne truhe bitte truhe mach ich sofort warte ich geh mal ein bisschen ding farben mach mal ein bisschen hier ich mache hier einen kleinen wald für unser haus dass da nicht so viele sachen sporen oder sowas so ich mache jetzt schon mal holzkohle was soll ich die kiste machen weißt du nicht wie es geht oder doch aber guck mal da habe ich jetzt keine nerven zu oh ne oh doch